Und hier habe ich eine Pizzastation gefunden, die habe ich schon bei Pizza Meets in der Story gesehen. Die hat dafür schon hier fleißig erwerb gemacht, die gibt es umsonst Pizzamot. Ich werde mir nur anstellen und kriege dir ein Stück geile Pizza. So, das war die Gamescom für mich. Wir haben jetzt halb fünf oder irgendwo so um die Richtung. Wir hatten unseren letzten Auftritt auf der Obenbühne, war mega. Hier war mega, alles war sehr viel, es war einfach geil. Besser als ich vor Corona in Erinnerung hatte, auch wenn es extrem voll war. Aber dieses Jahr hat einfach sehr viel gepasst, muss man sagen. Es war ziemlich nice. Und ich hoffe jetzt wirklich sehr inständig, dass mit dem Zug nach Berlin alles klappt. Wenn nicht, bin ich am Arsch, weil morgen um 10 Uhr sind wieder Aufnahmen, damit wir die Videos schaffen. Danke euch! Danke gleich! Vielen Dank.